Guten Abend miteinander. Über 100 Coop-Restaurant gibt es in der ganzen Schweiz. Sie brauchen also auch unterwegs oder in den Ferien nicht auf die gewohnte Ambiance und Qualität zu verzichten. Beliebt sind die reichhaltigen Coop zum Morgen mit offen frischen Brötchen und Gipfeln. Die lustige Patisserie wird meistens gerade im Haus jeden Tag frisch zubereitet. Und die vielen preiswerten Menü kochen qualifizierte Fachleute mit Sorgfalt und Abwechslung für Sie. Zur Zeit bietet Ihnen Ihr Coop-Restaurant unter dem Motto «Fit und schlank» leichte, ausgewogene und vitaminreiche Kosten an. Zum Beispiel ein soines Jogging-Birchermüsel mit viel frischen Früchten. Dazu empfiehlt mir Ivella den erfrischenden Durstlöscher mit den wertvollen Nährstoffen aus der Milch. Achtet Sie jetzt bitte noch auf Coop-Aktionen und weiterhin noch einen schönen Abend. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es Herrenhemper zu besonders günstigen Preisen. Zum Beispiel das Flanelhemper aus 100% Baumwolle für nur 19 Franken. Oder das Herrenhemper mit Streifendessen für nur 25 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Lola-Schokolade, eine Tafel an 100 Gramm nach Wahl, Milch- und Nusssplitter nur 80 Franken. Orange, Mandia, Bois-Helene, Waldbeere und Mandarine nur 95 Franken. Salami Tipo Milano 380 Gramm statt 10,25 nur 8,50 und geschnitten per 100 Gramm statt 2,70 nur 2,25. Eine Flasche Pepsi-Cola statt 1 Franken nur 75 Graben. Und nur morgen übermorgen und am Samstag ein Butterzopf statt 2,60 nur 2,10. Eine Himbeerroulade statt 3,20 nur 2,40. Neue Herdöpfel 2,5 Kilo nur 1,90. Und ein Kilo Bananen nur 1,80. Da noch eine aktuelle Mitteilung. In Binnigen im Kanton Basel-Land wird morgen Morgen um 8 Uhr das neue Goop-Center an der Hauptstrasse eröffnet. Es findet ein grosses Eröffnungsfest statt. Und gratis Kundenparkplätze stehen zur Verfügung. Auf Wiedersehen!